Wir wissen, dass Spannung in Präsentationen wirkt. Gebremst werden wir in unserer Kreativität aber oft von der Logik. Wir kommen zu der Frage, muss eine Story jetzt eigentlich spannend oder logisch sein? Gute Nachrichten! Zugunsten der Spannung darf man die Logik auch ruhig mal aufgeben. Denken wir zum Beispiel an die berühmten Pixar-Filme. Da interessiert es keinen Menschen, dass eine Maus plötzlich sprechen kann. Logisch ist das nicht. Spannend ist es umso mehr. Oder in Action-Blockbustern. Da interessiert es auch niemanden, dass die Helden auf ihrer wilden Verfolgungsjagd nie etwas essen müssen. Logik darf man zugunsten der Spannung auch ruhig mal aufgeben. Wichtig ist nur, dass der rote Faden erhalten bleibt. Spannungs direkt trocken. Sohent환er! K точно Knicks! Sohent환er! Untertitelung des ZDF, 2020